Hallo Leute, ich hab heute eine League of Legends Aufnahme, weil ich gestern im MIGO Projekt gestorben war, heißt, dass ich heute kein Video rausbringen darf. Viel Spaß dabei und wir sehen uns mal beim Abspann. Tschüüüüüüüüüý oder viel Spaß. Okay, Alter. Reicht jetzt auch mal. Hat's Ni Mana? Ja, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Sieht man nicht. Nein! Ne, warte, ich muss es kaufen. Was ist jetzt los? Okay. Wer hört da Musik? Ich. Hä, bei mir werden oben so ganz viele Uhrzeiten angezeigt. Jo, Mann, du musst mit mir bot gehen. Ich? Ja, der hat Solo geschrieben und du top, deswegen. Wir sind ja hier mit den Türken, Alter, hab ich dir doch erklärt. Ah. Also, komm ich mit dir, Bot. Ja, aber lass dir ruhig Zeit, ne? Okay, ciao. Du joggst da so richtig cool, Mann. Habst du jetzt die Aufnahme gestartet? Ja, die läuft schon. So. Ja, okay, komm mal, Jan. Wir sind Buschflöten-Typen. So, ein bisschen Yoga. Guck mal, ich kann dich voll abstechen. Guck. Ah. Ich kann dancen, Alter. Dancen besser, als du jemals dancen werden kannst. Ich bin eigentlich außerhalb des Busch, jetzt bin ich wieder im Busch. Jetzt steche ich dich wieder ab. Jetzt... Siehst du dieses Geld? Guck mal, was ich mache. Oh, ja. Ja, du bist echt krass, Tup. Und jetzt lache ich. Ach, man macht eigentlich den Red, oder? Ja, eigentlich schon. Na, egal. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Was machen die Minions denn da? Hä? Was sind denn das für Symbole da? Die Attacken sehen ja voll lustig aus. Oder sind das einfach nur Texturen-Fehler? Was? Ist bei dir sowas blaues? Nein, es ist einfach so eine Vierecke, die die abschießen. Achso, ja, dann ist das so ein Fehler. Eigentlich schießen die in keine Vierecke. Alter, ich verkack's grad übel zu Lars Hitten. Was ist da los? Das sind ADCs, äh. Ja, ne? Nee, egal. Nur die, nur die eine. Okay, ich hab'n Lag. Wo bin ich? Hm, du bist da. Cool, ich hab' bis jetzt noch nichts gemacht und bin Level 2. Vielleicht, weil ich daneben stehe. Ja. Oh nein. Il kan dükkildün. Soll ich sie... So anzünden? Du kannst nichts machen. Soll ich sie anzünden? Was? Tida, hier, ich zünd ihm an. Ah, was? Ich neid, hab' sie gemacht, Alter. Das hat gar nichts gebracht, Alter. Danke. Hättest du ja einen Hit gegeben, hätte das mehr gebracht. Nein. Egal, die macht immer da weg. Dass wir gegen Caitlyn spielen müssen, ist scheiße, weil die machen beide übel viel Damage auf, ähm... Da mach' ich einfach ne Blume hin und dann ist die Sache geklärt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das hast du gut gemacht. Und die haben eine viel größere Range als wir beide. Oh, oh, schnipp, schnipp. Ja, Mann. So, ich kann mir jetzt wieder was kaufen. Ist das nicht toll? Ist Finn eigentlich noch da? Ne, er ist ja gegangen, aber Benno kommt gerade genken, also geh' mal rauf. Wer ich? Ah, genken. Gestunt. Ja, Mann. Nein. Gut. Nein, scheiße, mein Name. So gut gemacht und ich krepier. Oh, oh, nicht gut. Ich verkriech mich kurz, ist das gut? Äh, kommt drauf an, was du mit verkriechen meinst. Also, ich stehe hier, hab' einen FPS oder so und heil' mich. Bim, 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 bim. Siehst du mich hier, hier unten? Ja, ich geh' jetzt auch mal back, weil ich einfach keine Lust mehr hab'. Du gehst back? Du gehst back? Ja, ich geh' jetzt AFK. So, okay. Soll ich vielleicht auch backkommen? Ich bleib' mal hier, bis du wiederkommst. Und dann geh' ich vielleicht back. Nein, es wird an deiner Stelle eigentlich auch backgehen, aber ich weiß nicht, wenn du meinst. Also geh' ich back. Lol. Lol. Oh mein Gott. Haha. Oh mein, scheiße. Wollt unbedingt den Kill haben. Er wollte unbedingt den Kill haben. Aber dann ist er selbst zum Kill geworden. Hahaha. Was für eine Ironie. Oh, ich find' Heimerdinger so geil. Oh ja, Heimerdinger. Ja, du hättest ihn voll spielen können. Hört mal, wie dat schmeckt. Ich hätt' ihn spielen können. Oh man. Geh' mal rauf. Du stehst bei mir und machst grad' Moonwalk. Ich? Ja, du hast grad' voll den Moonwalk gemacht. Du standest so auf einer Stelle und bist dabei gerannt. Guck' mal, was ich jetzt mache. Oh nein! Oh nein! Okay, vielleicht... Ich brauch' mal ein Level. Hast du eins für mich? Hm? Ich weiß nicht. Ah, danke. Nein, 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 nein. Ich hab' Fünfe. Okay, rauf da! Ich neiten! Okay, hat nicht funktioniert. Er heißt Blowdog, das heißt Blasender Hund. Hm, nein, das heißt Blasehund. Oh. Tut mir leid, Senpai. Sen-Sai. Senpai. Nein, Senpai ist irgend so ne scharfe Soße. Nein. Doch, so ne chinesische scharfe Soße. Hört sich aber an wie ein Guru. Ich warte hier, okay, ist das gut? Ist das gut? Oh nein! Ach du Kacke! Was ist denn jetzt los? Ich hab' ihn, äh, nein. Yekadeka, lecker! Ich find' Türkisch gut. Das haben wir gut hinbekommen, Alter. Ja. Wir sind die Programmers. Programmers. Lass mir Last Hit, danke. Ja, immer doch. Lass mir La- Dover Tower. Ja. Okay, voll daneben. Pschuh! Kannst gar nichts, Mann. Du kannst gar nichts. Also nicht du. Ah! Tot. Türken sind vielleicht doch nicht so ne Loops. Türken sind genauso schlecht wie der Rest. Mach das nicht. Nein, 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 nein. Okay, gut. Ich hab' auf jeden Fall ein Level bekommen. Da kann man nur von... Ich würd' jetzt weggehen, weil die ihre Ulti hat und gleich hat sie genug Mana, um dich damit zu töten. Okay, dann geh' ich mal ein bisschen nach hinten. Dann kauf' ich mir jetzt am besten das hier, oder? Oh, ich hab' hier voll den Kill gesteilt, Alter. Wer? So voll pervers den Kill gesteilt. Und jetzt werd' ich sie einfach verrecken lassen, Alter. So einfach richtig eiskalt verrecken lassen. Nein! Du kannst mich nicht töten. Arschgesicht. Ja. Deshalb kommt davon keine Bosen... Ich wusste nicht, dass der so scheiße viel Damage macht. Was denn los mit dem Typen, Alter? Was denn los mit dem? Ah, jetzt hab' ich die ganzen Minions für mich alleine. Mh, lecker. Das schmeckt ja, mh. So, Kickertoppa. Ich hätte mich voll flashen können, aber ich hab's viel zu spät gemacht. Er macht voll viel Damage, der Arsch. Spielt ja auch Yasuo. Yasuo ist ein Champion für Noten. Guck mal, er ist Level 9. Unsere Katarina ist Level 6. Ich bin Level 6. Geh da weg, pass auf. Ich weiß. Oh, nee, oh, nee. Ich bin weggegangen. Hast du das gesehen? Ja, war schon krass. So, warte. Ich sicher hier kurz ab. Wir hatten da schon ein Wort. Ich meine doch. Ich sicher ab. Aber absichern ist, wenn du da ein Wort entstellst. Na und? Jetzt können wir beide Seiten kontrollieren. Nicht wahr. Ja. Sie ist gut, als heute wollte sie sich verstecken. Aber da ich ja meinen zweiten Wort auch noch da reingepackt habe, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ah, okay. Ich hab meine Ulti, Alter. Ich hab meine Ulti. Ich kann jetzt hin und herrennen. Okay, dann geh mal rauf. Findest du? Na, auf jeden Fall. Danke. Nein! Du Penner. Du kleines Opfer. Was Besseres fällt dir nicht ein? Nee. Heute nicht. Ich hätte zwar noch so richtig legendär meinen Heiltrank nehmen können, aber ich hab die fünf nicht gefunden. Ja, das kommt mal vor. Aber ey, dafür hab ich jetzt ne Menge Gold. Oh. Aber weißt du, ich... Jetzt kann ich mir ne Menge Scheiß kaufen. Ich schwörde! Also kein Scheiß. Unsere Katerina ist so schlecht, Alter. Sie ist Level 6, ich bin Level 7. Was denn... Was denn da los, Alter? Oh. Ich habe... Die Null, Kattledillen, ich habe keine Kattledillen und einen Ölüm. Wieso hast du fünf Heiltränke? Gib mir mal einen ab, ich hab gar keinen. Ich hab Money, Rich Bitch. Aber dafür hab ich schon mehr Items. Bro. Bra. Igittigitt. Aber nein, ehrlich, hol dir keine fünf Heiltränke, das ist voll unnötig an Zauna. Nein. Okay. Na dann. Lass uns weiter kämpfen. Wenn du das sagst, dann... Dann wird das schon irgendwie stimmen. Oh nein. Ich lagge. Ich kann mich jetzt doppelt dahin teleportieren. Soll ich dann? Nee. Dankeschön, Welt. Aua. Wenn du Level 7 bist, dann gehen wir wieder rauf, ja. Ich bin Level 7. Okay, wir gehen nicht rauf. Nimm einen Halt. Nimm ganz viele Haltränke. Nimm so zwei. Das sind voll viele. Ja, ich weiß. Die reichen noch eigentlich voll für eine ganze Laning Face. Also soll ich sie jetzt angreifen. Ich kann mich doppelt hinpornen. Okay, nicht ganz bin ein Laning Face vielleicht. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Ich hab ihn angezündet, ich hab ihn angezündet, ich geh weg. Wui. Ich hab dich voll gehielt, Alter, hast du's gesehen? Ja. Aber ich bedanke mich nicht. So. Ähm. Cut gedieben. Oh, nur wegen mir, Alter, nur wegen mir. Nur wegen meinem geilen... Cut gedieben. ...special Move, den ich noch gebracht hatte, Alter. Oh, kann der Ding in Ordu. Aber nur weil ich sie attackt habe, ist das auch auf sie raufgegangen. Wir sind ein gutes Team, Alter, wir sind ein gutes Team. Ich bin 5-1 und ihr seid scheiße, aber wir sind ein echt gutes Team. Okay, ich finde auch. Da ist ein Typ, ne? Ja, der kann uns gar nichts, Alter. Juckt mich? Okay, juckt mich. Was will der denn machen? Ey. Ne, Orubusch. Alter, wie ein mir S3V ausrastet. Hey, guck mal, da ist irgendwie so ne Mine. Fullstress, AK. Okay, ich bin in die Mine gerannt, ich hab sie entschärft. Das hast du gut gemacht, Person. Ey, ich bin nicht den Sohn, du Opfer. Ja, okay, und jetzt geh lieber weg, weil die hat ihre Ulti, ne? Ja, ich hab Teiltränke, die kann mir gar nichts. Ja, du kannst da eigentlich stayen, aber nur wenn du mir versprichst, dass du nicht reingehst und nicht stirbst. Und der Yasuo kommt, der Yasuo kommt, ich würde da weggehen, der ist übel OP, wisst ihr. Töte den. Ups, ich bin krepiert, ich bin Benno. Äh, die kommen hier zu 4. Also nicht 4, sondern, okay, das sind doch 4. Nein, dann geh da nicht rein. Ich bin reingegangen. Ohhhh. Nein, Alter, die sind zufrieden. Die sind zufrieden, wir dürfen unter keinen Umständen reingehen. Oh, ich bin aus. Ich bin aus. Was dagegen? Alter, der hat schon an mir scheiße, Alter. Ich bin scheiße. Nee, der hat schon an mir scheiße. What? So, jetzt kann ich mir ja Sachen kaufen. Kann mir jemand kurz Schaden machen, damit ich meinen Haartrank trinken kann? Nein? Oh, Mann. Digga, Leute, wollt ihr mich verarschen? Was denn? Der Yasuo ist da immer noch, Alter. Mann, wieso kann ich das denn jetzt nicht einfach kurz auf 2 machen? Oh, die haben alle Lowlife-Kill-Steal. Ich hab ihn doch gekillt, Alter, was denn da los? Oh, oh, nicht gut. Jetzt, er stirbt so nicht. Alter, er stirbt wirklich nicht. Was? Wegen seinem schwulen Schild. Yasuo ist so ein Homo-Champion. Scheiße, Mann. Einfach nur reporten, weil er Yasuo spielt. Guck ihn dir an, Alter. Und unsere Catarina 05, wie kann man denn dann Catarina spielen, wenn man so scheiße ist? Alter. Dann sollen sie aufhören einfach. Aufhören. Was denn los da? Aufhören, aufhören, aufhören. Mann, sie ist Level 7. Die hat keine Ahnung. Jetzt muss ich das wieder irgendwie carryn. Also, ich bin sehr gut im Spiel. Ich geb auch immer ganz klare Anweisungen. Zum Beispiel nicht reinlaufen. Und das machen dann auch alle. Bis auf ich selber. Es sind 6 Leute. 6? Bist du behindert? Das geht doch gar nicht. Ey, du hast recht. Halt die Schnauze. Danke. Immer da. Das meinst du gar nicht ernst? Wenn, wenn, wenn? Ja, okay. Wir können nicht vormachen, ne? Die Catelyn ist einfach mal in der Mitte. Okay, cool. Ja, okay. Stell dich so vor mich, dann geb ich dir meine W. Was? Hier. Ja, sehr gut. Mann, Junge. Diese scheiß Katerina, Alter. Die hat einfach auch noch den Gnar gefeedet, Alter. Den Gnar. Den heiligen Gnar. Ja, Mann. Die ist richtig schlecht einfach. Die ist 06 einfach. Ich glaub, die kommen jetzt alle, ne? Ne, Mann. Doch, Mann. Ich mach da mal nen Water. Siehst du das? Nur der tut, geh nicht rauf, geh nicht rauf. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Ich war grad meine Toolbar am upgraden. Jetzt hab ich Q5 Level. Ist das nicht cool? Ja, ich hab's leider ein bisschen spät bemerkt. Aber das spielt doch alles keine Rolle. Wir führen doch mit 20 zu. Okay, nein. Doch nicht. Aber es gibt Zuschauer, die finden diese Anzeige nicht. Wo 15 versus 20 steht oben rechts. Es gibt Zuschauer? Nein. 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 Meine Augen. Ich glaube, Dead Space... Kann so schlecht wie diese Katharina sein, Alter. Sie holt sich einfach als erstes Item so... Äh, was kauft man sich als erstes? Heutz, ja. Das ist ne gute Idee. Auf jeden Fall. Und dann gleich mal noch so ein Büchlein hinterher kaufen, damit du auch richtig viel Damage machst. Oh, Junge, Alter. Dieser Sche... Das heißt ja so, Alter. Ich könnte auch was rassen. Du rassest doch schon aus. Guck mal was. Die Katharina ist einfach so ne Art zu spielen. Die steht nur hinten rum und macht nichts. Und dann geht sie einfach unerwartet rein und stirbt. Jetzt sagt ihr, diese Art gibt's gar nicht. Doch eben schon, ja. Äh, Leute. Ich bin grad spotsch. Und soll ich den Typen angreifen? Hmmmm... enges Poloch. Ja? Ja. Okay, er kommt eh nicht. Von daher, ist gut. Enges Polo. Weites Polo. Müssen wieder eng machen. Das habe ich mir gemerkt. Was dagegen? Oh nein. Leck, 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 leck. Sprinten. Oh, nicht gut. So, ich renne mal kurz weg vor den Tuben. Boom, ich habe ihn terminiert. Da ist so ein Typ, ne? Der rennt hinter mir her. Soll ich den angreifen? Weites Polo. Ja? Ja, also nein. Hey, weites Polo heißt nicht machen. Enges Polo heißt machen. Hä? Du hast es doch andersrum gesagt. Ja? Ja, hast du. Egal. Aber ich finde, wir sollten den Tower jetzt ein bisschen schützen. Ja, jetzt noch nicht. Ich bin gerade voll im Spiel und so. Also lasst euch noch ein bisschen Zeit. Mann. Ich habe das Gefühl, das war eine falsche Entscheidung. Ja, mache ich. Mhm, mhm. Mhm. Okay. Ja, schlaft gut. Oh. Jetzt kann ich mir es kaufen. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ich gehe mal wieder bot mit dir, ne? Ich habe einfach keine Kills, oder wie die Türken das nennen, Katle Dillin. Aber dafür habe ich vier Tode, was die Türken auch Ölüm nennen. Und ich habe Assists. Oh, das heißt Assist. Cool. Fünf. Ich habe sechs. Und ich habe 37 Minion Kills. Also, Katle Dillin mein Jung, äh, sei sie. Ja, das ist nicht so viel. Ich habe 84. Ja, toll. Ich komme mir aber auch nie dazu. Okay, immer schön auf Midlane achten. Midlane ist, glaube ich, gerade ganz schön weites Po-Loch. Ja, da sollten wir vielleicht mal hin. Ja, weites Po-Loch. Das muss wieder auf enges Po-Loch zusammenschrumpfen. Der Typ ist gestorben. Ist dir das auch aufgefallen? Mann, er, er kriegt... Wie konnte er das bitte abwärmen? Junge, was das für ein Scheiß-Champion ist. Ja, Dicker, ja. Hä, hast du zwei ge... Hast du mir den Kill gesteilt? Nein, hast du nicht. Okay, danke. Einen hast du bekommen. Cool. Und ich habe direkt... Jetzt hast du einen. Ja, jetzt habe ich einen Katle Dillin. Yeah. Ich renne euch mal hinterher. Der will schon wieder sterben, Alter. Guck sie dir mal an. Es ist so ein trauriger Sonderfall, Alter. Tja. So ein Kind... Oh, oh. So ein türkisches, kleines, achtjähriges Kind, was... Was cool sein will. Ich weiß, was er in der Freizeit machen soll. Ich bin tot, ne? Ja, keine Ahnung. Irgendwie greift er weiter den Tower an. Also mache ich das mal auch, ne? So. Mann, ich will mir das kaufen. Danke. Kaufen. Kauf. So. Okay. Jetzt muss ich nur noch zehn Sekunden warten. Alter! Was war das denn? What the fuck? Er hat einfach seine Ulti, Blade of the Loom King und noch so, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich habe es gar nicht richtig gesehen, was er gemacht hat, aber... Der ist ja übel zu, okay. Voll instant tot, Alter. Ich gehe mal Mitte, oder? Oh nein, okay. Ich glaube, Mitte ist tot, ja. Mitte ist tot. Ich finde, wir sollten hier aufpassen. Ja, guck mal, was die Katrina einfach macht. Sie ist jetzt Level 11, ja. Gucken wir mal, was der andere Midlaner ist. Mhm, Level 14. Ja, ist ja fast dasselbe. Okay, ja. Und sie macht einfach nichts mit dem Team. Nehmen sie, spielt einfach alleine als... Kleiner Bastard. Nein, ich will die Minions auch, man. Ein paar kriegst du vielleicht noch. Jürgen, nein, ich will jetzt nicht sterben. Okay, geh mit. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht gewinnen. Doch, Mann, wir gewinnen das schon noch. Sag ich ja, wir haben Aeser. Okay, nein, haben wir nicht. Aber egal, kommt jetzt einfach. Jetzt können wir voll durchpushen. Nur der Jarvan lebt noch. Und da hinten war er gerade. Also scheiß auf ihn. Du hast dich gerade so anbehalten, als ob du betrunken wärst. Ey, die haben schon im Inhibitor freigekämpft, geil. Oh, da ist ein Typ. Ja, das waren gerade ich und der Trinomir. Okay, cool. Geht raus. Ja, macht mal jetzt schnell, bitte. Die kommen gerade wieder. Einfach nur den Inhibitor attacken. Ja, okay, hat sich nicht gelohnt. Weg hier. Ich werde jammen, danke. Ich werde immer... Ich bin immer der Typ, der stirbt irgendwie. Es tut mir so leid. Mann. Jetzt habe ich genauso viele Ölums wie Assists. Ich finde die Sprache geil. Takeminin Kateledir haben wir 26. Und die anderen haben Raki Takeminin Kateledir haben wir. Oh! Oder singen. Ich sage ja, ich würde da weggehen. Der Yasuo ist viel zu gefiedert. Was er einfach schon für Items alles hat. Das geht gar nicht klar. Er ist 18, 7, Alter. 18. Wie kann man denn jemanden so hochfieden? Wie kann man so schlecht sein, Alter? Meinst du den Yasuo? Das Lustige, ich habe am meisten Deaths, Alter. Ja? Alter, guck dir das mal an. Ach, das bin ich. Das bin ich. Oh, Mann. Ich bin ein Scheiß-Damage-Mack-Arker. Ja. Der hat mir wirklich ein Hit 800, ein so eine Q 760 und ein Static Stich 170. Was ist das? Er will mich doch verarschen. Einfach 800 mit zwei Hits oder was das ist? Ein so eine Q, das macht doch nicht 760 Damage. Was soll denn die Scheiß? Nein, nicht schon wieder. Party! Ich habe Hoppla in den Chat geschrieben. Bin ich jetzt ein bisschen unschuldiger? Also mit dem Smiley kann man schon gar nicht mehr böse auf dich sein. Ah ja, ich bin so ein suche Tup, das kann man einfach nicht. Wir sollten bestimmt den Dragon jetzt mal machen. Das lohnt sich. Mhm. Mhm. Alter. Nee, Mann, aber wir können das auf jeden Fall noch gewinnen. Wir müssen nur... Alter, was ist denn der Level 16? Ich bin gerade wirklich so schlecht, Alter. Ich bin auch schlecht. Ich wusste nur nicht mal bis gerade eben, wo ich gestorben bin, dass ich grün bin. Also der ist mit dem grünen. Ich dachte, es wäre ein Gegner. Bist nicht grün. Na doch, also meine Anzeige ist ja grün und ich dachte, es wäre ein Gegner. Deswegen bin ich einfach reingerannt und gestorben. Ich dachte so, boah, dieser Typ da, bring den doch um. Und da habe ich bemerkt, dass ich das war. Nee, wir dürfen nicht raufgehen, ne? Benno ist nicht da. Ja, ich weiß, aber die gehen komischerweise immer auf mir. Nein, doch nicht. Oh. Das hätte ich behindert. Ich auch. Soll ich mir jetzt Schuhe kaufen oder auf diese... ...Karabalter-Wachs sparen. Töten die. Achso. Nein, Alter. Nein, einfach nein. Einfach nein. Steh doch mal ein bisschen mehr Depth, Alter. Ja, was? Die kommt da mit ihrer Scheißwurzel dort. Ja, da darfst du einfach nicht rein... ...und stunt mich wirklich auf... ...und dann kommt der mit seiner Scheiß-Wurzel-Scheiß. So, ich habe ein paar gestunt. Oh, lol. Okay, Instant Kill. Auch gut. Ja, aber ich habe jemanden getötet. Ja, wie einfach alle so hintereinander sterben. Was denn mit euch, Alter? Ich habe jemanden getötet. Was willst du? Ich habe jetzt zwei Cut-Ledillen. Komm, komm, wir töten. Jan, du musst jetzt raufgehen. Du musst jetzt da hin. Ich gehe... Ich gehe jetzt da rauf. Was für ein Fight. Ja! Egal. Das Game war ja schon ziemlich schwul von euch. Muss ich mal sagen. Ulti, ulti, ulti. Oh, Mann. Wir haben gerade ein normales Spiel verloren. Ja, du hast recht. Es war vielleicht nicht so die beste Leistung, dass wir gegen einfache verloren haben. Aber naja, was soll schon sein. Falls irgendwelche rassistischen Ausdrücke gefallen sind gegen Türken oder keine Ahnung, habe ich das nicht zu verantworten, dann müsst ihr euch bei Jan beschweren. Schreibt es auf jeden Fall dann in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.